Leno nach Italien? Der Keeper von Bayer Leverkusen steht wohl kurz vor einem Wechsel in die Serie A. Einem Bericht der Corriere dello Sport zufolge ist der deutsche Nationalkeeper beim AS Rom auf dem Notizzettel. Der Roma droht nämlich der Abgang ihres Stammtorhüters Alisson Becker, der das Interesse von Real Madrid und dem FC Liverpool geweckt hätte. Die Werkself hingegen hat sich bereits für einen möglichen Abgang gewappnet. Lukas Radetzky wird Leno ersetzen. Auch der HSV muss sich um Ersatz bemühen. Nikolai Müller verkündete per Instagram offiziell seinen Abschied. Bei den Fans des Bundesliga-Absteigers bedankte sich Müller für eine wirklich emotionale Zeit. Sein Ziel ist noch nicht bekannt, zuletzt galt Schalke 04 als interessiert. Der FC Chelsea hat das Interesse an einer Vertragsverlängerung mit Torhüter Thibaut Courtois offenbar verloren und die Gespräche deshalb eingestellt. Wie Sky UK berichtet, ist nach diesen abgebrochenen Gesprächen ein Verkauf noch in diesem Sommer sehr wahrscheinlich. Der Vertrag des belgischen Nationaltorhüters läuft nämlich im nächsten Sommer aus. ... ... ... ... ... Untertitelung. BR 2018